Beim Live Escape Game begebt ihr euch in einen Themenraum, der eine ganz bestimmte Geschichte widerspiegelt. Und innerhalb dieser Geschichte müsst ihr Rätsel lösen, Schlösser knacken, Fallen entschärfen, Gegenstände und Informationen benutzen, um Maschinerien beispielsweise wieder in Betrieb zu nehmen. Und je nachdem, was ihr gerade macht, bringt euch das ein Stück weiter und hoffentlich Richtung Ausgang. Musik Ich bin streflegend 2503 Hermann Renner, Raketenforscher Lars Kohlebaum, Undercover Agent Ferdinand von Diewitz, Bankdirektor Ferdinand von Diewitz, Bankdirektor Ferdinand von Diewitz, Bankdirektor Ferdinand von Diewitz, Bankdirektor Vielen Dank.